So, neue Folge. Neues Glück. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Story-Auftragsmissionen gemacht. Es sind hier eine Art Sub-Götter oder sogar Über-Götter, die in einer Nachricht von der Ermordung des Schutztrachens überbrachten. Und dann sind wir zurück und fliegen. In der Zwischenzeit haben wir noch ein bisschen geformt. Wir haben ein bisschen Missionen am Drachengrat gemacht. Das ist im Livestream. Das hat man auch den Gesicht veröffentlichen, wenn die Folge rauskommt. Das Gebiet haben wir freigeschaltet. Mit rotem Quarz haben wir das spezielle Eis zerschlagen müssen. Man hat so diesen Effekt um sich. Und ja, dann sind wir hier so ein Drachengrat gewesen. Ein Silberreissen findet man so etwas auf dieser Seite, über dem Minion-Dorfweg. So richtig Story-Relevanz, aber haben wir gefühlt, ich wollte unbedingt. Wir haben einfach noch viele... Wir haben einfach noch viele Sättungen hier gefarmt, um hier ein bisschen... E-P-Hits zu kriegen für Figuren auf Level. Und ich denke jetzt da... Ja, es fühlt sich wieder langsam auf, aber wir sind da wirklich auf Null gegangen. Ähm, ich denke wir gehen jetzt wieder mal zurück auf Lee. Und, äh... Schaut mal... Ähm, vielleicht auch... Was man so machen könnte. Ich glaube, es ist doch jetzt noch einiges freigeschaltet worden, um... Story-mässig zu machen. So, jetzt... Es schmeckt, dass es hier oben gesagt hat. Da ist es genau so der Graf, wie bestellt er nicht abgeholt rum, wie bestellt er eigentlich? Jetzt ist es doch dort drinnen, ich glaube dort drinnen. Das war ein schweres Auftrag, sonst wäre ich mir das gesuppst. Ich habe es ein schweres Auftrag. Es macht Schlag. Okay, ich habe so einen Weltauftrag, machen wir doch mal auf die Tisch nehmen. Wo ist der Master gone this time? Das ist ein Nighthammer. Okay. Das ist die Oma. Und der andere müsste ja gerade da sein. Okay. 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 Es ist nicht das Mist, es ist nicht das Mist. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen. Das war's für heute. 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 Genau. Das war's für heute. 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 There are two, das war's für heute. Let's go, let's get moving. Das war's für heute. 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 Die Entscheidung. Die Entscheidung. Genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Nachdem Sie die Land der Absentee Archive zu erfahren haben, Wie fühlt es sich zu wissen, dass unsere Art... Ich verstehe. Aber ich glaube, dass du noch zu erfahren hast, dass Liyue das Recht der Partei zu organisieren sollte sein. Liyue ist die größte von den 7 Nationen. Defendet von Deities, und regelt von Qixing. Wie gesagt, die Diplomatische manöverungen der Fatui haben hier nicht gewonnen. Die Diplomatische manöverungen ist. Die Diplomatische manöverungen, die die Diplomatische manöverungen hat sie immer auf ihrem Begriff gegen die Fatui. Das ist, in all likelihood, weshalb die Kinder möchte, um die Wunschung zu tun, von der Wunschung zu tun. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Die Fatui sind nur finanzielle Sponsoren. Ich wünsche nur die Tradition von Liyue. Das sind die erhöhten Fonds, die die Kinder gefordert haben. Wauw! Dann, lass uns weg sein. Der erste Schritt in unsere Präsenz. Nacht, ja, die Hemden zufrieden gefahren, denn da. Und, wir müssen eine Kalt verwerfen. Und wir müssen eine Kalt verwerfen. Und, wir müssen eine Kalt verwerfen. Willkommen in der Jade-Mystery, meine lieben Freunde. Würdest du gerne versuchen, zu beten auf die Jade? Es ist günstig, und es ist Spaß, und wer weiß, du... Beten? Nein, nein, wir sind hier für... ... Noctilukas Jade, von Radiant Grade, zu wenigsten. Radiant Grade, Noctilukas Jade? Ich verstehe, du bist kein Tourist. Meine Entschuldigung. Ich... ... 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 Die drei Stück sind wirklich sehr schön. Aber wie wählen wir es? Können wir einfach eine und gehen? Oh? Du willst mich entscheiden? Wenn es mir wäre, die Antwort wäre einfach. Oh? Ich nehme sie alle, Boss. Oh, du schaffst du mit so einem gewöhnlichen Glückwunsch. Oh, warte, warte, Boss! Das war nicht. Wir müssen es wieder diskutieren. Hey, wenn wir nur eine für den Ritual, sind wir nicht drei Mal die Mora, wenn wir sie alle kaufen? Oh, es ist so wie du sagst. Ich glaube... Huh? Wie du nicht denkst... Wenn man immer die Mora hat, muss man immer die Mora bevorstehen... Uh, was? Die Mora ist die Worte, aber nicht die Worte. Was? Was? Ist das wie die Rituale leben? Well, er weiß viel über große Geld. Keine Worte. Keine Worte. Auch wenn ich mich verraten bin, die Qualität der Noctilukus-Jade ist, in der Fall, sehr schwierig. Wie krügel oder, es ist nichts anderes. Nur nach dem, dass das Gerät gemacht hat, die Noctilukus-Jade hat sich gemacht. Was? 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 Du kannst das nicht machen, meine Freunde. Wenn du so machen würdest du, was hätte ich zu verkaufen? Das wäre... naja, gut, wie du willst, dann. Wie geht's das? Ich kann ein kleines Sample von all drei. Keine Angst, ich weiß die Regeln, so lange können wir prüfen, dass es eine gute Idee ist. Okay, ich nehme diese Assembles. Ich habe sie mit einem Knopf und schraubt sie. Das sind nicht zu klein? Auch die Papiere sind größer! Nein, auch die Böge sind größer! Die sind fast zu sehen! Oh, du mich schlägst, aber ich muss diese Gäste sein, wenn ich noch ein bisschen mehr ausfüllen würde. Aber würde ich nicht so klein gehen? Gordpuff, wenn... Es kann nicht helfen. Versuch zu verabschieden einen Merchant von seinen Propheten wäre wie ein ravener Wolf zu verabschiedern. Insofern, unter den richtigen Konditionen. Welche Art von... Während wir die hohen Temperaturen, die wir in Pyro benutzen können, können wir Hydro benutzen, um es zu verabschieden. Oh! Oh, Herr, ich denke... Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in... Well, guess we just need to find a place to try this out. ... 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 Das ist schon weit weg, weit weg. Zum Glück können wir das teleportieren. kuckuckuck Es ist ein langer Zeit, seitdem ich in der Nation der Leerland bin. Ein Freund von Mondstadt immer ein paar Bälle von Dandelion-Win, wenn er mich in Leerland kommt. Es muss sagen, dass der Fähnungslager von der Lande der Pastoren ist viel besser als der Sumeru-Win Frigid. Das ist der Fähnungslager. Die Trolls immer noch benutzen. Es ist ein bisschen ungeladen, aber wir müssen die Linie zerstören. Hey, nicht so schwer. Okay. Okay. Bisschen. Ich habe den Fähnen und ich habe den Fähnen für den Kammel gezogen. Ich habe den Fähnen und ich habe den Fähnen gekauft. Ich habe den Fähnen. Wie ist es? Ich habe den Fähnen, sondern ich habe den Fähnen. Dich? Ich habe den Fähnen für den Fähnen. Okay. 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 Observe. Okay. Windblade. Windblade. And step. We must keep the speed back. We're gonna get three times down. Okay. Let's go. Das war's für heute. 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 Nice. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 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 Oh, 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 oh. Lange für ein favorit? Ich habe lange lange zu verabschieden. Entschuldigung, Sie auch, aber Sie werden nur noch fragen Oh, das ist nicht so ein favorit. Es ist nur eine kleine, kleine Sache. Wow, einfach wow. Ich sehe so wie die kinder Frau, die mit Parfum an Sie? Ich denke, Sie unterestimieren die kinder... Well, Pima denkt, Sie riechen fantastisch. Also, komm mal, Lon! Jetzt, dass Sie es sagen... Ja, es ist etwas. Was? Oh, es muss sein von den Chingshin-Flauern. Ich habe sie auf dem Weg zurück. Ich weiß, dass ich sie noch mit mir hatte. Aha! Die Wahrheit ist klar. Uh, nein. Sie waren nur von Medizinalem. Insofern, das ist eine sinnvolle Gespräche. Wenn Sie nicht wissen, über Parfum, können Sie sprechen mit Chimein. Sie sind die Fortun-Teller, richtig? Ay, ich weiß, dass Sie ziemlich gut sind, ich verankeitsste. Sie sind die gute Idee. Hey, wie kann ich Sie helfen? Wir haben uns eine Frage gestellt. Was ist das? Jäger? Oh! Ja, das ist sie. Viele von einer Rech-Familie-Dotter haben sie einen Perfüm gemacht. Wahrscheinlich ihre... Great! Das ist nur die Ende... Oh mein Gott. Wir haben einen Sniper. Das ist das ultimische Test für meine Appellation, nachher alles. Sie sind überraschend? Warum machst du es so wie... Was kann ich sagen? Die Leute lieben zu sprechen. Vielleicht sollten du dich mehr entschuldigt. Relax. Ich weiß, warum du hier bist. Du willst deine Hand auf meinem Verkümung, nicht wahr? Was? 3 in 1 go? Du hast extreme Geschmack für jemanden deine age. Vielleicht hast du die Rumors, die ich hörte, waren wahr, nachher alles. Du bist auf der Prowl und brauchst du ein süßes Geräusch. Ist das das? Ja. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah-ha-ha-ha-ha-ha. Das ist das bester Siest, damit du überhaupt mit dir konntest? Selbst wenn du wirklich aufgeregt laufungen einem Deidlich bilde, das ist nicht so zu sagen. Jingli war richtig. Die Leute wiedermp娘s nicht mehr an diese Tradition. Das ist eine meiner любимste F ardentaten. Oh, Drei-Werbe, Begrudge not thy Blossoms, as they are deflowered in the spring, for come Winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveller, you can be. So, where is a good place for making sweet, sweet, perfect? You mean Wanmin Restaurant? Good choice. I'm not surprised. I thought that this would be another one. I'm not a private cook. I'm happy to be here with this one. This one is Payday from Arsh Check-Ass. I'm happy to be here with this one. A little bit of juice, too. Ich hatte ein Wort mit Chef Mal. Wir können beginnen mit... Bist du bereit, um zu spüren? Was hast du gesagt? Ich wollte mich stolz machen. Als ich jetzt bin, kannst du ein bisschen Wasser holen. Das ist ein bisschen zu spüren. Was ist das? Was ist das? Ich habe ich etwas zu spüren. Das Wasser ist ein bisschen zu spüren. Das Wasser ist ein bisschen zu spüren. Jetzt, ich brauche dich, um die Blumen zu entfernen, die Blumen zu entfernen. Die Blumen zu verwenden benutzen eine ganz unterschiedliche Technik aus Alchemie. Hier, ich zeige dir. Sehr vorsichtig, mit dem Mordern und Pestel. Du musst, dass deine Brüste festhalten, damit deine Hand nicht schlafen. Jetzt, benutze deine starken Hand, um es mit einem Rhythmus-Persistent. Keep going, bis die Blumen beginnen zu kommen. Das ist die Sieg. Die Handeln. Geheimnis, geheimnis, geheimnis. Okay. Wow, this is some exquisite silk flower essence. The essence is placed into water and you must take care to control the heat, so please focus on controlling. Don't waste a drop of that essence now. We want to... All three perfumes are ready. And you, my son, a testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent. Ima wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love. The second one is for those with more refined taste. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail three boats simultaneously should... Come and hang out with me at Scent of Spring sometime. Okay. Let's take these three perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Shunley's probably been waiting a while. I went to the class, where is it? I went to the school of the Holy Ghost, cause they're pretty close. I have to go through the school of the mountains. The everyone knows was the family of the my friends and I began to go through. I went to the school of the happened to the school board and the school board and the staff are over. I go to go. Hm. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott. Das ist die Warte, die Reck's Lappes haben über Lüe genommen. Das war nur ein kurzer Moment. Wie kann eine Person mit einem Statuen spielen? Das ist wahr. Du hast die Perfüren bekommen? 3 Säte und nicht nur eine weitere. Danke, beide. Lass uns sie aufbauen. Das ist der erste Art von Pferfum. Frau Yinger hat gesagt, dass es so süß wie ein Traum, und es ist wie bei einer jüngeren Frau. Das ist der zweite Art. Es hat eine elegante Farbe, und die Kinder... Der dritte Art hat eine wunderschöne, aber eine fröhliche, eine fröhliche, etwas, etwas wie die Duske Mist. Und es ist ein Favorit von Maturen. Oh, was war das? Das ist das, was die jüngeren Frau ist, richtig? Das bedeutet, dass Rex Lapis... Vielleicht, Rex Lapis hat viele verschiedene Formen genommen. Vielleicht, dass... Was ein Schmerz. Wir haben nur den gigantischen Dragen... Oder, dass die G-Sing, den realen Kiefer. Wir können das mit den Autoritäten verlassen. Wir müssen uns auf den lieben Aufmerksamkeit für Rex Lapis fokussieren. Also, wir haben noch ein weiteres Schritt in unsere Vorbereitungen. Was ist jetzt? Aufmerksamkeit, ich möchte die zwei von Ihnen helfen, um mir zu holen Kiefer zu holen. Kiefer zu holen? Kiefer zu holen? Aufmerksamkeit. Eine Freundin meiner, die Madame Ping, ist die Schmerz der Kiefer zu holen. Sie leben neben euch... Natürlich, aber... Sie kommen nicht mit uns? Ah... Ich habe bestimmte Gründe, warum ich nicht da sein kann. Mann! warum er so secretive ist diese Zeit? Hmm... Ah! 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 Ah, warum hat sich so portiert? Das war's für mich. Das war's für heute. Ah, all things must change. Youngster, are you here to admire the flowers? Ah, but it's a shame. These Glazed Lilies have... What happened to them? Back in my day, people said that Glazed Lilies can breathe, if they heard beautiful sounds like laughter, but if they heard too much wild gossip or slander... So that means these flowers... Yes, the rumors of Rex Lapis's death are... No sma... Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chissing made it all up. This harbor is like a... Mount... Well... I shall say no more. This old woman's groan... Ah, that old trinket. Heh. I remember... An old friend of mine used to wear it on his... He saw me gazing at it often... Gave it. But he told me then... That if someone should come to borrow that bell... It has been many years, and... Oh no... Still, though... I... Can't recall when... It started... Oh... These old bones are... So slow to look for things... Uh... You can wait... That's right, Granny! We'll follow you back home and search for it ourselves! And... Um... We can help with two... All right, children. There is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Uh... Do you live here, here, Granny? Hohoho... An old lady like me... Can't afford to buy a place in this city... See this ceramic teapot? My entire household... How does that work? Hey, that's rude! And... Even if it was like that... And... Hohoho... Youngsters... I simply mean that the... Do you have to stop? That's not gonna be... Well... That's not how they are... That's not gonna be able to... Uh... Uh... Where are we? What? Just camping... Youngsters... This is where this old woman keeps all her things quickly now go fetch that fell Yeah, so many cobwebs it seems I really haven't cleaned it in a long while Sorry to trouble you children. Please help an old lady clean up Go Barbara go Let the show begin Windblade Observe I 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 Fail I 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